Achso, shit. Äh, äh, fuck. Äh, Auto wählen? Fox? Bin ich ready? Alles klar. Also, jetzt spielen wir Tabletop Racing. Herzlich Willkommen! Ja! Kameran! Schieht wie war fahren mit R2, oder? R2, ja. Turbostart. Oh, shit! Oh, fuck, euer... Yo, der nimmt gleich Abkürzung, der Wichser! Wie der einfach... Oh, what the fuck! Yo. Hey, du hast ne Bombe gelegt, du Wichser! Wie kann ich die Sachen legen? Also, ob du ne Bombe gelegt hast. Rüftiger hat's gelassen, oder? Da war was, einfach so. Und Supercard, so. Oh, ho, 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 ho. Oh, du hast ja hinter mir. Jaja, du hast schon wieder vorgespielt, ey. Ja, hab's gar nicht. Gib doch zu, dass du vorgespielt hast. Oh, scheiße. Als ob nicht, ey. Du hast doch erst letztens gespielt. Nein, nein, hab's nicht. Boah, was ein Linger. Boah, was ein Linger. Ey, was ein Drecksgame schon wieder. Jo, okay. Ich lasse dich hier schon fixen. Warum? Wie kann man driften, oder so? Oder besser und locker? Ja, du hast mich schon fast überrundet, du Penner. Ja, ich bin hinter dir. Wie hinter mir? Ach, ich bin erster. Ich bin erster. Ich bin erster. Ich war erster. Wie war ich erster, bitte? Oh, das kommt mein Kopf drin. Ah, ah, ah. Das war nicht mal letzte Runde. Oh nein. Fuck, ich hab die Blase nicht bekommen. Wieder nicht. Oh mein Gott. Ey, ja, genau. Ja, erstmal. Hallo, Ramba nicht. Was? Lass mich doch. Hey, was? Was? Oh mein Gott. Was ist ein hässliches Spiel, Mann. Außen. Außen, wie hab ich gehört. Da ist jemand richtig spiellich. Das ist dein Erster. Oh mein Gott, ist das Spiel scheiße. Nur weil du verloren hast. Dabei sein ist alles, weil ich Profil bekomme. Ja, ich auch. Diese Singen hab ich auch noch bekommen, Alter. Wo ist der dritte hin? Da war doch ein anderer Spaß. Ja, aber ich hab schon ein Go gemacht, ja. Dann kam der. Ja, geht's jetzt irgendwann weiter? Ich hab's mein Ziel fahren. Hä, was? Ich war schon längst im Ziel. Hä, ich war schon längst im Ziel. Oha, da ist Pop-Up-Tales. Pop-Up-Tales, Freddy. Pop-Tales. Ja, ist der wieder weggegangen. Ob der behindert ist, frag ich mich. Ja, Auto ansehen. Aha. Ah, ich wollte das Gadget eigentlich ändern. Fuck. Ja, Gadget, Alter. Was laberst du? Ja, das für beide, Mann. Ach so. Hä? Wie hast du Turbostart gemacht, bitte du Hesslern? Hey, du bist ein Stück Dreck, Alter. Oh, schieee. Oh, 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 oh. Oh, zieht drauf? Ja. Hier keine Abkürzung oder so. Ja. Auch hier zum Beispiel. Oh, über den Kis, über den Kis. m die kleine Zigeiner aber was ist mit den Dosen los, die spaßt'n bei mir grad worum, ey oh, der Booster, ich komm jetzt gleich, ich krieg dich, okay ja doch nicht, der Booster ist so scheiße Junge, hier gibt's keine Abkürzung, hier muss's ne Abkürzung geben lol, was ist mit der Dose los, ey Junge, sag mir mal, dass's hier ne Abkürzung gibt ja, ja, da du musst jetzt anhalten und links fahren fuck, ich hab mich im Obst fahren lol Junge, warte mal, warte mal, ich hab mich im Obst fahren als ob nicht weiterfahren hör mal, du schlecht bist oh, oh lol, man kann ja, äh, Power-ups verbessern ja, shit, du hast auch jetzt gemerkt aber ich glaub, kann man alle verbessern did not finish Pop-Tails oder wie hast du ihn genannt, Pop-Tails ne Popper-Tails Popper-Tails, alles klar letztens kamen so Typen zu mir und sagten so blablabla, Bäckerei, Bäckerei und ich so, ey, was? Bäckerei, Bäckerei, was willst du? und dann wollten sie zur Bäckerei ich mach Dinger, Junge ich hab Boing-Räder eingestellt, auf die kannst du jetzt springen ja das hast du keinen Drift-Räder mehr, du hast vergessen macht das überhaupt Sinn bei der Strecke? keine Ahnung, vielleicht ist das eine zufällige Strecke wie dumm, ey also jetzt drift dich nicht mehr ne, aber das könnte man nicht wie kann man Boost machen? äh, das ist mehr genug gestartet hey, what the fuck, Alter, die Räder sind ganz komisch mit vier kann ich springen, selbst ja what the fuck, Alter, die Steuerung ja, genau oh, what the fuck wieso bist du nicht immer mich gesprungen? nur wieder ohne Drift-Räder was ist das so ein Scheiß? ohne wir uns schon reinboingen können oh, oh mein Gott, wie hoch ich geflogen bin da war ne abgebringt, ich hab sie gesehen echt mhm fuck am Ende kommen deine boah ich bin richtiges Kopf an Kopf an mir gut jo, ich auch, man übel oh mein Gott oh mein Gott, hat er nicht gesehen ich weiß nicht was es bringt, ich setz jetzt einfach mal ein oh mein Gott ich hab auch was eingesetzt das hab ich kaputt gemacht, hm das hab ich kaputt gemacht, hm labo ist komplett tot lol 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 mal 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 um so ein spiel um ein gott was passiert denn die ganze zeit abend das will ich jetzt hab ich dich waaaah ich bin jetzt doch ich dachte mein boeing wäre bereit ach das hat noch einen cooler ja mein boeing war nicht bereit ich hab glaube ich ein nuke oder so gehabt kann das sein nuke keine ahnung eine nuke bevor uns alle explodieren lassen ja ja wo steht der tüte würde ich mal sagen ja und alter wenn man erkennt halt die strecke manchmal gar nicht die ist so übel lol alter ist das hässlich da kommst du erst irgendwo da am ende kann man einen boeing machen oh fuck ey oh fuck fuck ich komm nicht mehr ins ziel du auch nicht gell fuck was ein drecks game ich ging die ganze zeit in benni am ersten oh level up ich auch ich bin trotzdem vor dir ey das ist die hauptsache ich fühl immer noch zu die hauptsache nein der hat einen boeing mehr wie kann das sein das kann wohl sein wichser was ein dreck wieder beugen räder mhm boah findest du die doch witzig ja da gibt es halt die meisten abkürzungen das muss man sagen nie wieder nie wieder ja da gibt es die meisten abkürzungen und so wie kann man eigentlich super boost machen oder boost halt weißt du wie ich mein ich sehe warte du musst konzentrieren alter richtige rennstrecke die strecke kenne ich sogar glaube ich ein bisschen oh der ist da runtergefallen der ist runtergefallen nein nein ich brenne ich brenne ich bin auch runtergefangen oh bombeer alter leuten scheiß pfanne ja ich habe ihn eingefroren ich habe den wixer eingefroren und er fällt runter oh nein wir sind abkürzungen gefahren und wo kurz vorm Ziel gibt es eine abkürzungen oh fuck ich habe meinen boeing eingesetzt ohne nichts zu wollen und warum weil ich gedacht müsste mein item was Raketen abbekommen, oder? Ja, Wichser, oder? Ja, Wichser. Ja, wichtiger Wichser, Wichser. Voll der Freund, oder? Und hier guckt man ja auf Rippen. Laber doch nicht! Ne, war doch keiner hin durchgesetzt worden. Leut. Haha. Was ist passiert, ey? Ich hab irgendwie so'n riesen... Wow, fuck, war das knapp. Ich hab's ja früher nicht im Spiel, glaube ich. Oh! Komm schon! Nee, was soll die Scheiße! Oh, ich fäh' dich wieder, ich fäh' dich wieder! Oh, ich fäh' dich! Ja, überhol mich, komm! Verfolgungsjagd! Oh, was ist das? Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich bin gegen so'n Scheißdinger gefahren! Ich hätt' dich überholen können, was eine hässliche Runde, Mann! Ich fäh' mich, warum die anderen nur so gut sind! Alter, ich frag' mich, warum die anderen nur so gut sind! Die haben echt Zeit, das Spiel zu spielen! Ja, gut, hab' ich jetzt auch, aber... Naja! Ja, ich fähre mit drei Punkten halt beim Morgen, Mann! Ja, halt, tut' einmal! Ich weiß, wie lange dauert, dass man so'n Prophet ist! Okay, dann geht einem mit! Keine Ahnung... Geht schon noch! Meine Runde geht noch! Oder vielleicht zwei! Mehr Spieler rennen machen süchtig und rach süchtig zugleich und sind zu dem, wenn man toll mit hätte, um mehr Münzen und XP zu halten! Tritt gegen Freunde, Familie, Mitglieder und Spieler aus aller Welt an! Familie, Mitglieder! Alles klar! Wie kann man so'n Scheiß... Start hinlegen? Ohlala! Jo, da wollt ihr mich rammen! Oh, ich weiß jetzt, warum ich so langsam bin! Weil du keine R2? Weil meine R2-Taste hier doch an dem Scheiß-Controller defekt ist! Oh mein Gott! Ist halt so! Oh mein Gott! Komm! Warum bin ich dann immer als Letzter da? Oh, du schleppst dich! Ach, halt dein Maul! Du hast einfach keine Ahnung, was die... Jo, drei Bomben liegen da rum! Ja! Oh fuck, okay, jetzt weiß ich... Oh mein Gott, dieser S-Liga-Panzer! Oh, die ziehen voll weg, die Wixe, Alter! Also, bei mir liegt das an meiner R2-Taste! Ich verspreche das euch, ich schwöre! Das ist nicht so, Mann! Ist so, Mann! Das ist doch auch bei... ...GTA so! Halt doch dein Maul, du hast doch keine Ahnung, Mann! Haha! So richtig sehr merkvoll, der nicht ins Ziel gekommen ist! Was? Ich muss kurz Controller wechseln, Mann! Aber eine Runde geht noch! Ja, klar! Mit dem kaputten Controller, was man sagen kann! Oh, ich sag doch grad, ich wechsle Controller, du Spasti! Halt doch dein Maul ohne Witz! Geh's mir einfach hart auf die Eier, Mann! Ähm... Ja, oder... Hä, warum steht der jetzt wieder 0-0? 4... Oh, okay! Jetzt zieh dich ab, Alter! Muss ich sehen! Jetzt zieh dich ab, Alter! Jetzt zieh dich ab! Fick dich ab! Fick dich hart! Hä, hässliches Stück, du! Du bist ein hässlern! Du bist ein richtiger Troll, ey! Du bist ein kompetent! Ja, und? Oh, schön! Die, Mann! Siehste, endlich überholt mich niemand mehr hier! Weil jeder gleich schnell ist! Jo! Voll daneben geschossen! Was soll die Inkompetenz! Oh! Oh! Hey, wieso bist du nicht in meinen Schlamm rein, oder was das ist? Weil ich kann! Weil ich kann! Ich kann! Ich bin hässlich! Alter, was sind die Sessling Steaks hier? Oh, ich kann noch springen! Oh mein Gott, ich kann noch springen! Oh, okay! Was ist ein hässlicher Scheiß hier! Also ich muss, ich muss jetzt... Was X? Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast, du hast... Ich komm' gar nicht hinterher, ey Oh mein Gott, wie Dumm... Wie Dummm... Ich tue Ralph. Ich habe was zu... Du hast auch die nächste Runde vorbereitet open-ESE Lungen oft идеale Du kannst das Ding explodieren lassen! auch fast dass die dann noch hinten oh mein Gott, 3 mal daneben, wir surfen die sind dumm und ich bin direkt wieder vor ihm oh mein Gott, wie dumm ich glaub man hat die Eiswürfe weg noch nicht gezeigt oh shit, oh shit, oh shit, oh shit oh shit was ich dachte, da kann man so abkürzen, wenn man da an dem Teller recht fällt du mit deinen scheiß Abkürzungen, Alter echt so gern wow, what the fuck ich weiß grad nicht was passiert ist, aber irgendwas ist passiert und, bin ich erster? noch nicht, aber gleich hä, wie viele Runden gibt's denn noch? ah, jetzt einer noch oh shit, oh shit Katsache, man hätte die scheiße Eiswürfe da runterwerfen müssen du hast nichts vorbereitet du hast nichts vorbereitet aber man kann das tatsächlich kaputt schießen, oder? aber wie, wahrscheinlich mit Raketen mit Raketen ich hab grad was kaputt geschossen du Loser, ey na gut ich bin ein richtiger Loser beendest nicht mal oh mein Gott, wie schlecht ich glaub man kann hier auch so fuck voll gern raus ausdrehen Yo was weh, 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 weh ining okay, ich hab gewonnen also, haut rein das war's erstmal davon vielleicht komm rein Wir tausen direkt, ja. Ja. Auuu.